hallo und herzlich willkommen zur toten maus in mist ja keine ahnung warum doch ein einloggen hier meine tote maus liegt ich nehme das einfach mal hin so wir haben gegessen wir brauchen was zum trinken ich nehme das noch mit wie spät haben wir 7 28 ich habe jetzt gelesen der eine hat geschrieben um sechs sind keine mehr da mal schauen dann gehen wir mal raus haben bisher unklug gewesen zombies doch da ein lot ein lot ich bin ja nur ein leichenfledderer privat so nicht so erfolgreich um es mal ganz nett zu sagen dann machen wir hier mal zu hier fehlen mir noch die hühnchen die mache ich aber ernst was worte ansehen da kann ich anziehe vorderen kann ich aber erst machen wenn das hier fertig ist und warum ich mehr bewässer damit ich sie was nass ist und was trocken ist habt ihr ja noch nicht so die übersicht trocken deswegen ja die sind immer noch nicht trocken die angeweide am bogen heute dafür bräuchte ich nicht trocken was haben wir hier das hängen wir gleich auf wie war denn das und bogen er hat zwar trockene animal guts brauche ich eigentlich das leader da aber den habe ich möchte gebaut da brauche ich auch kein leder da auch nicht da auch nicht ja und auf die frage wann ich denn endlich meine hühner anfange zu züchten frühestens wenn ich drei korn habe solange ich die nicht habe räume keine hühner fangen weil sonst kann ich zu schon wie die verhungern und darauf habe ich keinen bock so ich wollte das auto ausräumen okay das gehen wir hier ja das reparieren ich habe da was leckeres ich kann doch drei reinhauen ok bringt das dann eine größere rate wer weiß das hier würde ich auch gern fertig bauen so was haben wir da zink noch mehr zink noch mehr zink noch mehr zink kupfer kupfer eisen und schweifel malpetersäure haben wir noch keiner ich möchte die hier reparieren klebeband und mittel was wird das ich brauche steiner auch komponenten weißen brauche ich keines dazu aber werkzeuge im moment das da und den haben wir holz brauche ich nehmen wir noch ein paar komponenten mit weil ich jetzt nicht weiß wie viele metall war es nicht aber nägel moment machen wir noch mal zweimal nägel oder so und wenn wir das nicht aufbauen dann können wir direkt zu hause craften schauen wir mal ja ist alles da cool so trinken ja mal was zu trinken organisieren gib mir wasser trinke wasser und nimm dir wasser einen halben liter mal gleich trinken ok so jetzt können wir mal schauen jetzt können wir hier selber bauen genau so aha so kriege ich metal scraps ok 10 iron ingot für die muni brauche ich immer brass brass hat man doch im tutorial gesehen oder war glaube ich da zweimal kupfer einmal zink zweimal kupfer einmal zink zweimal kupfer einmal zink dann könnte man brass machen ok 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 meld 100 braucht mehr für 1 ist quasi ok so liebe ads jetzt ihr 60% geht noch kein Bö er ist noch nicht so weit muss noch warten klebeband kommt da rein das werkzeug gebe ich jetzt auch da rein metall und nägel kommt da rein die komponenten kommen da rein das holz kommt hier rein die steine kommen da drüben rein die federn kommen da rein und weil ihr mir immer sagt peile kosten so viel federn leute das weiß ich doch schon ich habe doch hier und peile vorbereitet ich habe nur noch keinen bogen dazu alles was mir fehlt ist der bogel ich habe die spitzsack mit die nehmen wir noch die zwei wie schaut mein auto aus mein auto schaut noch okay aus es ist nichts unter zehn prozent möchte gerne zur mina meine mina ist da hinten ouch ich habe keinen führerschein ja also nicht schrecken ich fahre dementsprechend das auto und ich wir sind keine freunde aber es ist halt schnell da vorne ist irgendwo der scharfschützer den würde ich gerne etwas umgehen na gut hat mich gar nicht bemerkt finde ich cool so Spitzerkammer auf der 2, Lichttrimme auf und los geht's. Hallo Höhler. Stimmt ja, wir hatten hier den Strom aufgedreht. Da unten liegt Schwiefel. Was ist das? Könnte Salpeter sein, oder? Das ist Salpeter. Ja gut, da liegen 2 ineinander. Habe ich gesagt 2? Da liegen 3 Brocken ineinander. Zink. Schwiefel. Oh man, noch mehr Schwiefel. Ich hätte aber auch gerne Eisen oder sowas. So, durch diesen Durchgang konnte man noch gefahrlos durchgehen. Kupfer. Und da vorne? Ist das Ding, das sich Berserker nennt. Hm. Na gut. Wir bringen mal das, was wir jetzt haben. Zurück zum Auto. So. Ist ja manchmal besser als... Bier. Kupfer. Ja. Biffel. so, jetzt überlege ich gerade, wie kommt man von hier am blödesten zur anderen Mina nach dem Scharfschützen mussten wir, glaube ich, recht äh, ja also von da gibt es jetzt erstmal eh keine Abzweifung da kann ich eh nicht anders fahren oder? ne, da ist ja nix, gut da ist der Scharfschützer mal gleich da rein, ich bin mir nicht sicher schauen wir mal da haben wir die Kirche da haben wir umgestürzte Bäume, da habt ihr mir auch gesagt, die kann ich entsorgen indem ich draufhacke wir können es ja mal eben probieren ah ja aber wahrscheinlich nach dem Neuladen wird es wieder da sein man, 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 saa kommt da gerade Mist da kommt doch gerade Nebel definitiv kommt da gerade Nebel da ist ja so könnten wir das noch da reinpacken ja gut, was machen wir jetzt, jetzt müssen wir sowieso warten hier ach, ach, das ist das, wo vorne der Zaun ist, kommen wir da irgendwie rum aber dann sind wir eigentlich schon ganz gut in Richtung Mina unterwegs aber ja, da kommt man nicht drüber traf ja, da gibt der Baum naja, da haben wir den Baum gut, da kommt man nicht drüber das wären jetzt Autofeldversuche Planungs und Autos vertragen sich nicht so hundertprozentig Ich habe mir noch keinen Wagenheber gebohrt. Ich bin da echt drüber gekommen. Okay, und jetzt müsste man nur noch die Mimik-Diener suchen. Ernsthaft? Das ist überhaupt kein Zombie. Ich bin da echt drüber gekommen. Ich bin da echt drüber gekommen. Oh, bitte so. Ich war gerade hochrechtzeitig, glaube ich. Ich bin da echt drüber gekommen. Ich bin da echt drüber gekommen. Ich bin da echt drüber gekommen. Ach, Mann, Spiel. Ich bin da echt drüber gekommen. Ich glaube, da kann man hin, oder? Ich sehe halt noch nichts, aber das dürfte doch theoretisch müsste das Minus sein. Der Nebel löst sich auch sehr gut. Wovon habe ich jetzt gerade Schaden gekriegt? Und da hinten ist noch ein Zombie. Sobald er umholt, können wir raus. Noch lebt der Zombie. Ich habe ihn gerade noch gehört, aber ich sehe ihn. Ich bin heute leider nicht. Ich bin heute leider nicht. Ich bin heute nicht drüber gekommen. Ich bin heute nicht drüber gekommen. Ich bin heute nicht drüber gekommen. Und da drüber. Trink mal was. Das geben wir noch da rein. Da gehen mal das her. Licht an. und Abmarsch. Hallo, Mina. Was hast du Hübsches für mich? So. Ja, theoretisch müsste ich das jetzt ein paar Mal machen. Mich nach den Minen wieder ausloggen, neu laden und wieder in die Mine rein. Ich glaube, da brauchen wir gar kein Licht. Und ganz schön viel Kupfer. Das war jetzt nur Kupfer. Okay. Damit hätten wir beide Minen jetzt einmal leer gemacht. Dann fahren wir jetzt nach Hause. Mal schauen, ob ich von da nach Hause finde. Also wir fahren jetzt definitiv nicht so wie vorhin gerade. Wir nehmen jetzt einen anderen Weg. Den da. Da links müsste irgendwo mein Auto stehen. Ja, da steht's auch. Festgefahren in der Erde. Ich weiß zwar gerade nicht, wohin der Weg führt. Aber wir nehmen ihn. Ah, eh zum Haus. Okay, das heißt, da muss ich jetzt lang. Und dann würde ich mir echt gern mal den Bogen machen. Aber ich muss immer noch warten, bis die Angeweide trocken sind. Und dann würde ich noch mal den Bogen machen, bis die Angeweide trocken, bis die Angeweide trocken, bis die Angeweide trocken, bis die Angeweide trocken, bis die Angeweide trocken. Und dann würde ich noch mal den Bogen machen, bis die Angeweide trocken, bis die Angeweide trocken. Mal wieder puedes messen. Mal wieder baseball FRE да neben. Einmal zu machen. Zu machen. Zu machen. So. So, was macht mein Korn? Das Korn ist zu trocken, glaube ich. Braucht definitiv Wasser. Wo sind die Gießkolle? 90 Liter an See, das ist gut. Ja und warum ich nicht nur das gieße, weil ich halt gerne sehen würde, was wirklich feucht ist und was trocken ist. Also ich möchte so diese Abstuchungen so ein bisschen sehen. Auch wie lange es dauert, bis es von einer zu anderen wechselt. Deswegen habe ich hier mehr Biete, die ich gieße. Das bisschen Wasser stört mich ja nicht. So. Moment. Moment. So. Schauen wir mal kurz da rüber. Was war das jetzt? Mal sinken. Hier und aus dem Rest schieben wir uns einfach mal auf. Dann könnten wir aus dem Rest Carpetges machen, aber zuerst. das lassen wir jetzt mal schmelzen. 63 Prozent trocken. Zuerst brauche ich jetzt das hier. Hier drinnen. Dann. Hm. Mach mal. Mach mal. Oder? Ähm. Mach mal. Cool. Hier Gunpowder. Jetzt haben wir schon Sechse. Was war das? Das war, ich glaube das hier und Press. Okay. Und was für Munition hätten wir gerne? Hm. Schrot? Puh. Schrot war ne Idee. Okay. Der Colt, den haben wir ja da auch. Rifle. Rifle. Wie viel Schuss haben wir für die? 11. Rifle. Also für den Revolver haben wir Gnock. Das ist ja nicht die, das wäre die Hunting Rifle, die habe ich noch nicht. Hm. Dann probieren wir mal, ob wir rausfinden. Eine voll gute Idee, Dano. So, dann würde ich jetzt gerne für die Hinten arrive, äh, für die Briefer. Tja, woher weiß ich jetzt, was für was ist? Was haben wir denn da? Ich kann nur die vier bauen. Nein, nein, nein. Und das können wir auch upgraden, kostet aber einiges, okay. Dann machen wir wirklich ein paar davon. Moment, ist es die Dragunov-Rifle? Hm. Die habe ich außerdem noch. Es müsste irgendwas sein, was ich hier nicht habe. Aber ich habe hier keine 45er, Moni. Shotgun-Hunting-Rifle. Falsch, richtig. Na gut, dann machen wir ein Shotgun-Moni. Ich will sie einfach nur mal ziehen. So, also, ich hätte bitte gerne das hier. Cool. Okay. Das heißt, es liegt jetzt am Salpeter, dass ich mehr Munition herstellen kann. Meine erste Munition hergestellt. Das finde ich echt cool. Das heißt aber auch, dass wir jetzt erst einmal Schluss machen, weil es sind eh schon 40 Minuten. Ich sage mal Tschüss, Tschau, Baba, bis zum nächsten Mal. Und dann machen wir noch schnell was. Tschüss. Tschüss.